Abhängiges Entstehen in Hinblick auf Bedingungen Gampopa nannte das überall ständig ablaufende abhängige Entstehen abhängiges Entstehen in Hinsicht auf Bedingungen. Und das Modell der zwölf Glieder heißt dort abhängiges Entstehen in Hinsicht auf Ursachen. Im Theravada wird vor allem Letzteres gelehrt. Das allgemeingültige Entstehen in Hinsicht auf Bedingungen hingegen wird selten erläutert. Unter bedingtem oder abhängigem Entstehen in Hinsicht auf Bedingungen versteht man die Tatsache, dass alle Dinge in diesem Dasein einschließlich aller Lebewesen in einem dynamischen Ablauf von Bedingungen entstehen und auch wieder vergehen. Wir, das Leben, sind ein ständig sich wandelnder Prozess, der sich immerfort neu erschafft, um gleich wieder zu verschwinden und im nächsten Moment ersetzt zu werden, durch die nächste Erfahrung. Und dies in rasantem Wechsel. Endlos. Wir kennen diese Vorgänge auf der materiellen Ebene. Nehmen wir als Beispiel eine Sojabohne. Sie ist klein, grün und hart und man wird sie kaum essen wollen. Wenn sie nun drei oder vier Tage unter den richtigen Bedingungen gehalten wird, wandelt sie sich in eine weiße, knackige Sojasprosse, die essbar wird. In wenigen Tagen ist in Abhängigkeit von der ursprünglichen Bohne etwas entstanden, was völlig verschieden ist. Man kann die Sojasprosse nicht nur essen, sondern sie würde unter den richtigen Bedingungen, das heißt eingepflanzt in die Erde, mit der richtigen Dosis von Sonne und Wasser sich in einen Sojabusch verwandeln, den man wiederum nicht essen kann. Am Sojabusch wachsen Sojaschoten und darin neue Bohnen. Das Laub verdorrt und wird zu Kompost und schließlich zur Erde. Dieselben Prozesse laufen auch im größeren Maßstab dieses Daseins ab. Das Meer, eine riesige Wasserfläche, wird von der Sonne bestrahlt. Durch die Wärme beginnt das Wasser langsam zu verdunsten. Es entstehen Regenwolken. Ein Wind kommt auf und bläst die Wolken über das Land. Wenn sie auf Hügel treffen, steigen sie auf, werden abgekühlt und entleeren sich. Es regnet. Dort, wo das Wasser auf die Erde fällt und auf Samen trifft, beginnen diese zu sprießen. Wenn die richtigen Bedingungen zusammentreffen, wachsen Bäume. Sind die Bäume groß genug, rücken die Holzfälle an und fällen sie. Es folgt der Transport in die Papierfabrik, wo sie zu Papier verarbeitet werden. Von dort wandert es in die Papierwarenhandlung, wo es gekauft werden kann, zum Beispiel in der Form von Schreibblocks, auf die man Dama-Vorträge schreibt. Schließlich wird das Papier in den Abfall geworfen und verbrannt. Oder es findet den Weg in die Papiersammlung, wonach es wiederverwertet wird. Das Leben in all seinen Formen und Aspekten ist solch ein komplexer, endloser Prozess von Ursachen, von Einflüssen und Bedingungen und von Wirkungen und Resultaten, die ihrerseits wieder Bedingungen und Ursachen sind. Jedes Lebewesen, jedes Ding, jede Situation, jedes Ereignis und natürlich auch jede innere Erfahrung, sie alle entstehen in Abhängigkeit, als prozessbedingten Entstehens. Deshalb spricht man von bedingtem Entstehen, ganz im Gegensatz zu unabhängigem oder unbedingtem Entstehen, einer offensichtlichen Unmöglichkeit. Die Krankheit der Fragmentierung der Wirklichkeit Es ist wichtig, sich der gegenseitigen Abhängigkeit aller Erscheinungen bewusst zu werden und zu verstehen, dass ein Phänomen zahlreiche Ursachen und Bedingungen hat. Sie auf einen einzigen Faktor zu reduzieren, würde einer Fragmentierung der Wirklichkeit gleichkommen. Wenn wir diese gegenseitige Abhängigkeit erkennen, gibt es letztendlich auch weniger Gewalt. Außerdem können uns äußere Umstände weniger anhaben und unser Urteilsvermögen wird treffsicherer, wenn wir uns als Teil eines größeren Kontexts begreifen. Gewaltlosigkeit ist nicht bloß das Fehlen von gewalttätigen Handlungen, sondern eine aktive Haltung, die dem Wunsch, anderen etwas Gutes zu tun, entspringt. So verstanden unterscheidet sie sich nicht von Nächstenliebe. Nächstenliebe wird oft falsch verstanden. Es geht nicht darum, sich selbst zugunsten anderer zu vernachlässigen, denn wenn man einem anderen etwas Gutes tut, tut man ja aufgrund des Prinzips der gegenseitigen Abhängigkeit auch sich selbst etwas Gutes. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, wie wichtig es ist, den Geist für das Leiden anderer Wesen zu öffnen. Die Nächstenliebe verändert unser Temperament, unsere Stimmung und Wahrnehmung und macht uns gelassener, gleichmütiger. Ohne Nächstenlieben der Haltung können uns Einflüsse von außen leichter verletzen. Ich-Bezogenheit ist unserer Natur entgegengesetzt, weil sie die gegenseitige Abhängigkeit außer Acht lässt. Es ist eine Haltung, die alle Türen zuschlägt, während Nächstenliebe eine offene Sicht erzeugt. Wir müssen lernen, uns als Mitglieder einer großen Familie zu fühlen. Es liegt weitgehend an uns, die Bedingungen für unsere Zukunft zu formen. Wir sitzen alle in einem Boot. So lehrt es uns das Avatamsaka-Sutra. Jeder Mensch ist ein Edelstein, in dem sich alle anderen Edelsteine im riesigen himmlischen Netz des Gottes Indra spiegeln. Soziale Ungerechtigkeit, ökonomische Ungleichheit, politische Unterdrückung. Gewalt gegenüber einem von uns übt Buddha zufolge Gewalt auf uns alle aus. Weisheit und Mitgefühl, so heißt es in seinen Lehren, sind unsere besten Waffen gegen Angriffe auf unsere Sicherheit und unser Glück. Während Freigebigkeit essenziell materielle Stabilität für jeden gewährleistet und somit Voraussetzung für spirituelle Entwicklung und soziale Harmonie ist. ora Después Untertitelung des ZDF, 2020